Schönen guten Morgen. 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 Mein herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Alles, alles Gute, mein Schöner. Habt ihr Gesundheit? Ja. Dass wir noch ein paar Jahre kommen können? Überhaupt nicht. Und alles, alles Gute. Ja, danke schön. Hier ein paar kleine Blumen. Ja. So gratulierte Ortsbürgermeister Horst Blume Erhard Lüder zum 91. Geburtstag. Die kleine Runde aus Freunden und Bekannten hatte schon auf den offiziellen Besuch der Gemeinde gewartet. Gemeinsam bewältigt das Rentnerehepaar den Haushalt und leichte Arbeiten im Garten. Wenn sich Erhard Lüder zurückerinnert, dann sind seine Erlebnisse aus dem Krieg und die Gefangenschaft in der algerischen Wüste sehr präsent. Doch jetzt gilt es, auf die Gesundheit anzustoßen. Jubiläum heute mit 91 Jahren. Und ich bin ganz stolz, dass wir beide gesund sind und ich darf dich im Namen von Warnigen gratulieren. Und auch Orts-TV schließt sich den guten Wünschen von Herzen an.